Naja, man muss sich durchrennen, an den wenigen Orten, wo ich mal rennen darf. Nein. Oh. Oh, das war schon... Oh. Das ist... Bullshit. Puh. Oh, aber ein Checkpoint wieder. So, gar nicht so verkehrt hier. Um auch nicht ein bisschen zu springen. Ich bräuchte jetzt einen Partner. Das wird schon Realität sein. Okay. Warum muss ich diese dummen Tonnen werfen? Können sie sich nicht von selbst aktivieren? Na, das ist auch blöd gemacht. Das... Da will man doch durchrennen. Das ist echt nicht nett hier. Das ist überhaupt nicht schön. Jetzt muss ich gleich die Tonne wieder werfen. Bin ich wieder zu zweit, wenigstens. Oh Mann, da kann man wieder in die Tasten, Hämmern. Ja, ich wusste jetzt, dass das passiert. Nein! Ich komme halt nicht mehr weg. Ich stelle mir mal, blöde Ahnung. Die ganze Zeit. Boah. Das muss halt sein. Ja. Das war nicht so schön. Oh. Mal hier dran glätschen. Die blöden Ratten da. Das ist echt wirklich schlimm. Wenn die wenigstens nett werden. Oh, weiter. Manchmal geht es aber ganz fix, ne? So als würde ich cheaten oder so tun. Oder euch nur verarschen oder so. Oh Mann. Nein, bloß mein Adrenalin ist gestiegen. Jetzt bleibst du da unten, Mädel. Nee. Fresse. Das war falsch. Puh. So ein Level. Will man nicht nochmal machen müssen. Nicht runter. Ich wäre schon fast wieder runterfallen wollen. Wo ist das für Coin? Wo ist das für Coin? Wir könnten mal speichern. Heiligs Blechle. Er schläft. Redet nicht mehr mit mir. Was kommt jetzt? Furioses Flintenfeuer. Was war das? Ich glaube, so wie die erste Welt, bloß schlimmer. Bazooka, das ist ein neuer Gegner. Was gibt es denn da hinten? Erstmal mein Kollege. Kulitschke. Ist auch am Start. Oh Gott. Oh, oh. Ja. Hui. Ja. Anders kommt man ja nicht durch, weil der unter mir war die Super. Oh, TNT-Fässer. Oh nein. TNT-Fässer auch noch. Oh, Spinne. Irgendwo hätt ich ne Spinne gekriegt oder was? Aha. Ähm. Hallo. Ich glaube, irgendwo brauche ich nicht die Spinne. Aber die ist ja hier schon vorbei, oder? Ist schon hier vorbei. Ja, ich kann nicht darauf landen. Nein, ich wollte doch mal die andere Richtung. Oh. Tja. Lücke suchen. Oh, hallo? Huch. Huch. Ähm. Ja, genau. Also mit L schieße ich das hier und wenn ich L und nochmal L drücke, habe ich ein Spinne-Netz. Kann ich das auch mit der anderen Paste machen, kann ich auch. Oh, äh. Puh. Ähm. Hallo. Äh. Hallo. Ähm. Ja. Äh. Ah. Was kann ich jetzt damit machen? Das ist Tee-Tee-Tee-Tonne. Okay. Ah, ich kann auch mit der normalen... Ah, ich kann auch nur schießen. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Weil das ist alles so divus jetzt gerade. Guckt wahrscheinlich von hinten her. Ah, das ist der Coin. Kann ich nicht kaputt machen. Also muss ich irgendwie hier hoch. Ja, der tickt doch gleich wieder aus, oh man, da kann man ja wieder still sein, ey. Den kann man, glaube ich, auch gar nicht besiegen. Den Coin lassen wir mal, den da hinten. Ist schon gut so. Ist schon gut so. Puh. So fühle ich mich. Wohler. Wow, nochmal einer. Ich wollte jetzt eigentlich das hier machen. Ah. Okay. Das ist nicht so leicht. Heilige Scheiße. Ohohoho. Wow. Na super. Kann ich mal bei dem rein? Was passiert dann? Ja, toll. War mir nicht klar jetzt gerade, wo ich da hin muss. Irgendwas mit dem hat's ja auf sich, oder? Ah, wahrscheinlich sind es dann Tonnen. Jetzt sind's tollen. Jetzt sind's TNT-Tonnen. Jetzt sind's normale Tonnen. Okay. Und ich bin's. Das ist jetzt nicht so gut. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. gut da waren wir schon noch mal einer so ein schnoppen noch einer nein ne der hat TNT ausschließlich TNT was ist da unten aha dann kann ich wieder zurück na das wollte ich jetzt auch nicht wollte man auch gucken ob da irgendwas zu finden ist au er hat auch den Arsch offen nicht so leicht mit der L-Taste da auch noch mal zu managen das ist ja da muss ich mich ja anstrengen das ist ja jetzt alles ein Rätsel da bräuchte ich die Spinne eigentlich noch an der einen Stelle nein bescheißen kann ich nicht ja jetzt echt geil gewesen dann müsste oben irgendwo nochmal so ein Fass sein da müsste oben irgendwo nochmal so ein Fass sein Ich wollte runter. Der ist schwerfälliger. Da war ich schon mal drin, oder? Hallo. Wo ist das Rätselnösung? Das sind jetzt wieder Fässer. Machen wir wieder TNT draus. Ich müsste ja eigentlich da hinschießen, wo ich dann herkomme. Dann könnte ich ja zu ihm rüber. Aber das macht er nicht. Schauen wir mal. Was brauche ich denn noch mal? Gut. Dich noch? Du hast immer TNT. Es ist wurscht. Oh, nein. Nein. Jetzt häng ich auch noch. Komm nicht hoch genug. Wow. Danke. Dass ich hier wieder daher gelandet bin. Jetzt wieder. Ich will doch nur hier rauf. Mensch. Puh. Na also. Mein Gott. Da möchte man jetzt eigentlich nicht mehr noch mal sterben. Dann möchte man das Level haben. Jetzt weiß ich nicht, was unten auf mich wartet. Boah. Boah. Auf den Blickkopf. Ah gut. Das passt. Boin. Die sind schnell die Bieste. Da ist wieder so eine Suppe. Wie ist der Schießen? Ah ja. Ich muss wieder auf ihn drauf. Und dann mit den Kisten wieder. Besser mit den Kisten. Schauen wir mal. Da gibt es auch eine Möglichkeit. Oh fuck. Ach nein. 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 Ich bin zu schnell gewesen. Ehrlich gesagt. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Obwohl ich jetzt da nicht so scharf drauf bin. Das nochmal machen zu müssen. Nein. Ich weiß es. Aber ich habe so viel Zeit wieder verloren. Hallo. Was? Das ist ein ungünstiger Punkt zum Speichern da. Findet ihr das nicht auch? Findet ihr das wie Schia hier? Das ist ja dreist. No. Ach nein. Nein. ach es ist der wieder dort sie ist da ein bisschen feiner nein 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 es ist schon wieder vergessen wenn man genau darunter fallen muss ah die stelle die kotze einen so an ey safe states sofort hier gehe ich ja lauter münzen zusammen ja das ist so geil hier letztes mal habe ich auch ohne ihn geschafft es ist ein bisschen schneller in der umsetzung ach nein mensch noch mal dann noch mal schießen nein das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht wollte ich ja nicht hoch ach man jetzt kommt gleich die schnapper patrouille oh nein jetzt kommt das geht es aber hier runter ach gott sei dank gott sei dank das ist nicht ganz so schlimm mehr und die kann ich mich komischerweise erinnern das einzigste und wann mache ich das jetzt ja gott sei dank eine kiste kisten schießen oder tonnen schießen ach ja dann war das hier ich will doch nur weg von dir und wo auch neu für eine kleine pause dement ich will